Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zur letzten Aufnahme hier in dieser Session. Mit dabei natürlich wieder der gute Neko. Hallöchen und wir müssen jetzt beide Runden am besten gewinnen. Hi. Hallo. Minks ist deine E-Sport-Talentschmiede mit einigen der besten Spieler und Trainer Deutschlands. Egal auf welchem Niveau du bist, wenn du besser werden willst, hat Minks den passenden Coach für dich. Und vielleicht bist du sogar der perfekte Kandidat für die Minks Community und profitierst dort von einzigartigen Vorteilen. Alle Informationen in der Videobeschreibung. Hallöchen, Leute, hier ist der Daumen aus dem Off. Das ist eine Special-Folge. Heißt, ich werde die besten Runden aus der letzten Session dieser Season für euch einmal hier visualisieren. Genießt einfach die Folgen und schickt einfach mal ab, mit welchem Rang wir diese Season beendet haben. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Und... Und... LOL. Okay. Und, ähm, vielleicht kommt der gleich nochmal wieder. Und vielleicht ist es ja so, dass, ähm, kommt ihr damit klar? Wisst ihr immer, was für eine Aufnahmesession gerade ist und so, wenn ihr das so guckt? Oder wie ist es bei euch? Weil, das würde ich ganz gerne mal wissen. Ansonsten kann ich vielleicht auch gucken, dass ich die Folgen irgendwie so benenne. Ähm, äh, Season... Äh, nee, äh, Session 50, Folge 3 oder so. Dann Session 51 und so. Ähm, hab ich? Ne, doch nicht. Sorry, habt ihr nicht gesehen an den Typen. Ich hab keinen Beruf. Ich hab keinen Boost. Ich hab keinen Boost. Ähm, also, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht und wie ich das am besten... Oder ob ihr damit klarkommt, mit dem, äh, wie ich das so angebe und ob ihr... ne, äh, ja, ihr wisst schon, wie ich's angebe. Also, gerne mal Feedback da geben, wie man das Ganze besser für euch anzeigen lassen kann. Ähm, ja, wir haben ihm das Tor geschenkt, weil... Hab ich denn nochmal? Er hat ihm einen Boost nicht bekommen. Keinen Boost am Start, bin tot. Ah, fuck, schade. Noll. Schön gemacht, super. Ich geh drauf. Ja, ich hab keinen Boost. Jetzt hab ich Boost. Ja, kann ich aber nicht viel anstellen. Drauf. Schön. Ich geh... Ist der schön auf dem Tor? Okay. Hat auch schon gereicht... Der hat mich auch die ganze Zeit zerstören. Und dann schreiben sie, wow, weißt du? Ja, ja, ja. Hat schon gereicht, dass ich da halt ihn ein bisschen beirrt habe. Das war dann schon alles. Das war schon genügend. Okay, ich geh drauf. Deiner, ja. Hab ihn gerammt, den anderen Typen. Komm, zwei Wins holen wir jetzt noch aus hier. Nein, hast du. Aber schlecht. Er will zerstören, ja. Sag ich doch, Alter. Nicht rein, wow, oder ne? Ja. Dankeschön. Dann, wenn sie halt zerstören wollen, kann man ja immer so rein, easy rein sneaken, immer. Very nice luck. Ja, bad bumping. Warte mal, ich schreib kurz. So, okay. Hab ich? Hab ich. Oder du? Jetzt du. Schön. Hab ich? Okay. Aber ohne Boost war schwierig. Aber ich nahm mal. Ah, halt er. Aber du? Nee, sorry. Immer noch kein Boost, leider deswegen. Schade, aber ich hab ihn. Ja, die gehen wieder nur auf Bomben. Das machen die echt nicht gut. Also Cleverness ist ein bisschen anders. Schade. Fast reingemacht noch. Schön. Kommen beide hinten, aber der kommt hinter den. Ich bin im Zorn, alles gut. Beide gehen drauf. Passt du. Schön. Einer macht Turtle Mode. Jo, verdient. Ich spür's dir, die haben das verdient. Ja, die haben das echt ein bisschen verdient. Na ja. Hab ich ihn nochmal? Ja, komm ich nicht so über. Wann aber ist drüber? Der andere ist nicht da, alles gut. So. Hab ich zerstört? Nice, dann hab ich kurz ein bisschen Zeit. Schön. Alter, das ist eine Zerstörung von denen gerade. Okay, denen haben wir es mal ordentlich gezeigt. Muss auch mal sein, so eine Runde. Bis gleich zur zweiten. Macht's gut. Und damit willkommen zurück. Hoffentlich jetzt mit einem zweiten Win hier. Das wäre mega. Ich bin rechts. Okay. Oh, der kam nicht so gut an, glaube ich, oder? Oh, ging doch. Oh, der ist weg. Ah, nicht. Komm, nicht mehr richtig hinter. Wie knapp, ey. Aber da merken sie direkt, ey, die sind fast, oder? Ja, ja. Die müssen sauf passen. Bei dem Zorn. Schön gemacht, super gemacht. Kein Bus mehr. Egal. Bin nochmal Sideboard. Irgendwo Bus dahinten. Hab ihn gerammt. Okay, hab ich. Sorry. Oh, jetzt nicht mehr. Nur mal hoch. Oh, schade. Oh, ich wurde nur weg, damit du nicht spielen kannst. War nicht gut, aber kannst du locker nehmen. Okay. Kein Boost übrigens. Bin links. Oh, schade. Weil ich schon mal nur schon mal vor war. Immer noch keinen Boost. Ach, schade. Schönes Ding. Ja, da kam ich mehr dran. Immer noch keinen Boost gerade. Jetzt hab ich Boost. Na, geil gedacht. Schön, schön, schön. Ja, du geh mal an, ist aber weg. Du musst den nur irgendwie jetzt haben. Oh, der war schön. Der war echt geil. Schön gemacht. Ich hab nur nicht mit gerechnet. Kein Boost. Oh, sorry. Ich hab gesagt, ich hab dir gesagt, kein Boost. Können wir noch keinen Boost jetzt? Nein. Nee, nicht möglich ohne Boost. Jetzt hab ich mir Boost gesnackt. Ja. Oh Gott, der bald kommt. Ah, direkt zu dir. Oh, da ist zu ihm, sorry. Ja, für ihn auch. Der durchschubst mich weg. Deiner? Hab ihn gerammt? Ah, komm ich nicht dran. So. Als ob ihr ihn nicht geguckt habt. Hab ich. Sorry, ich bin auch nicht dran. Ja, hab ich auch gesehen dann. Was ich nur so spielen. Hab ich nochmal. Mal rein. Oh, schade. Deiner ist tot. Wir nehmen zu. Schön gemacht. Aber weggehe. Ups. Oh, fuck, bin ich kacke. Ich weiß, aber alles gut. Hab ich. Ja, schön. Ja. Hast du? Nee. Hab ich, glaub ich. Ich weiß nicht genau. Nee. Oh, nein. Hab ich noch. Oh, ich bin tot. Geht nicht. Alles gut. Hab ich nochmal vielleicht? Ist der andere da? Ja, der ist im Tor. Null. Ja, moll. Er dachte, ich berühre nochmal. Woll ich auch eigentlich. Oh, die sind nett zueinander. Das ist schön. Ja. Okay. Jetzt kein Anschlusstor. Hier, keiner. Bitte, come on. Außer für uns. Dann ging es okay. Das war natürlich okay. Also, das ist natürlich klar. Mhm. Ah, schade. Oh Gott. Hast du einmal? Oh Gott. Schön. Ah, genauso wollte ich ihn hinlegen. Und der Standperfekt. Das ist halt schwer. Du musst halt mit Wucht ran, weil der andere da ist, musst du mit Wucht ranfliegen. Aber so, dass du ihn nur minimal erwischst. Das ist halt echt nicht so leicht. Aber, ja, funktioniert. Also, für mich ist das nicht leicht. Für die ganzen Profis im Chat natürlich. In den Kommentaren meine ich. Die natürlich gar kein Problem. Das sind alle Great Champion. Obwohl sie Gold sind. Ja. Nicht vergessen. Im Herzen Grand Champion. Okay. Das Ding ist unsers. Ich geh da mal nicht nicht drüber. Ja, ja. Ich bin froh. Ja, es geht. Besser toll. Ich hab einfach mal nichts gemacht, weil ich konnte, gar nichts machen. Ich hab die du reichen gemacht. Naja, alles. Sorry, alles gut. Das Ding ist, haben wir halt gewonnen. Deswegen. Ja, man darf nie zu sicher sein. Das Ding haben wir gewonnen! Okay. Und jetzt direkt drei Tore rein. Miteinander. Aua. Ich posisiere mich da richtig, um den Ball auf den Kopf zu bekommen. Schade. 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 Schädchen Schokoläten. Aber alles super. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall gewonnen. Meinst du? Nichts zu früh freuen. Da ist es nämlich. Oh nein. Oh, der kommt gut, Alter. Ja, ich hab da leider Faxen gemacht, deswegen... Schade. Egal. Ja, wir haben beide Runden gewonnen, Leute. So, wer die erste Folge gesehen hat, der wird wissen, wir haben beide Runden gewonnen. Aktuell Champion 1, Liga 1. Und jetzt müssen wir natürlich hier weitermachen, wo wir aufgehört haben. Und zwar bei Tore, Tore, Tore. Jo. Oh nein. Wie doof. Sorry. Sorry. Ich dachte, da kommt von rechts einer. Wollt ihn hoch machen und dann wird er zugehoben. Kommt der gut? Allein aber nochmal? Hast du nochmal? Natürlich. Oh, halt auf nochmal. Alles gut. Oh, schön. Hab einen weggerampt. Oh, der ist drin. Jetzt nicht hoch machen. Was? Welcher war gut erwischt, den Hit hier. Der war super. Guck mal. Reingebracht ins Ziel, wieder quasi ins Tor und trotzdem von nach außen gedreht. Das war nicht schlecht. War nicht gewollt, aber war auch nicht schlecht gemacht. So. Ich bin links. Okay. Oh, schade. Habe ich. Oh, schade. Ja, das war auch nicht weiter. Das war auch nicht so. Ja, ich dachte, ich warte auf dich da. Aber irgendwie kamst du nicht. Ich wusste nicht, was du da genau machst, deswegen Das neckt dir mit dem Ball noch ab, ey Obwohl ich dir das schön mit einer Backroll vorgelegt habe Ja, siehst du mal Übrigens mache ich die Backroll ganz gerne so Das wurde auch in den Kommentaren schon ein, zwei Mal genannt Ich mache die Backroll nicht, weil ich zu blöd bin, um eine Vorwärtsrolle zu machen Ich mache die halt bewusst, um den Ball zu verlangsamen Das machen, glaube ich, nicht so viele Spieler Erkennt zumindest niemanden, der das halt so macht Deswegen ist es ein bisschen ungewöhnlich, vielleicht Aber zu meiner eigenen Taktiken, Leute Oh, schade Oh, der ist ja gar keiner Nö Kann ich ja nicht annehmen, so gut Ramm dir doch zu Tode Ah, loll Ah, konnte ich nicht Habe ich nochmal Ah, hast du nochmal Ich gehe jetzt mal weg, kurz Oh, schade, pass auf Ah, schlecht gemacht, sorry Oh, lol Hat gereicht Ich gehe mal side Ich gehe zurück, bin auf dem Boden Ah, der noch, pass auf Ah, ich bin vorhin drin Schade Oh mein Gott Bin ich so Ich bin da selber hundertprozentig drin Okay, ich gehe nochmal drauf Ah, muss ich erstmal nicht Hast du einmal raus Ja Ah, hätte ich Boost gehabt Vielleicht Ich bin erstmal in der Mitte, gerade so ein bisschen Ich weiß nicht, vielleicht Ja, ich fahre ein bisschen zurück Ich bliege gerade so ein paar Boosts Noch da nicht schlecht Aber nicht gut genug Kannst du liegen lassen Ja Gerade No Ja, alles gut Ah, okay Ich habe keinen Boost mehr Ich bin eben so Am Ball ja nicht War jetzt ein bisschen zu hoch Aber alles gut Ah, fuck it, sorry Hast du Ist da gar keiner gewesen Ist weg Was ist denn das für ein Spiel Deiner vielleicht Schönes Ding Gerade Noch einmal Irgendwie bekommst du den irgendwie Irgendwas Nee Ich habe keinen Boost Okay, ich bin im Zuer Okay, nice Einmal jetzt rein So Ja Genau so Ah Dann Okay Nice Ja, ich wusste Irgendwo ist er Da muss ich nur noch irgendwie Hit the ball you melt Meint der Unis Ich glaube der meint dann melt Ich weiß es nicht Ist du gerade als Mates Ja I don't know Gut, der mag dich einfach nicht Was ihn zerstört Achso, deswegen wahrscheinlich Das ist eine verbotene Taktik Oh, oh, hast du nochmal Ja Leider nicht Ja, ich habe ihn bekommen Aber Ich hatte kein Boost Ja, da bin ich schneller als der Ball gewesen Mit meiner Aktion Ah, jetzt müssten sie eigentlich schon faken Ah, wir machen das besser als die Gerade Schön Ich bin ihm zur Ich bin ihm zur Ich glaube, er beikommt Hab ihn weggeschubst Schön Oh, schön Oh Gott Ja, hauptsache, er hat erst mal gespielt Du hast Zeit, ne? Ja, ja 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 Oh, schade Ah, noch mal noch Wird schade Oh, der tödelt mich Das braucht er genau richtig Genauso hat er es gemacht Ja natürlich, war geplant Irgendwie Ja, ich bin ihm zwei erstmal gerade so Ich gehe drauf Ja Schön Ich habe ihn nochmal gerammt Oh, leid Du bist auch da gewesen Egal Ah, das war unkluh Ah, das war doof 3 Sekunden Bleib einfach im Tor stehen Derjenige da hinten ist, okay? Okay Okay Okay, du bleibst im Tor stehen, ja Versuch ihn irgendwie zu erwischen Dass er dann möglichst nach vorne geht Schön Nice Erste Runde gewonnen Hätten wir auch safer haben können Aber wir haben gewonnen Gleich zur zweiten Sehen wir uns wieder Tschüssi Und damit willkommen zur zweiten Runde Mit den Captains Hier bei Salty Shores Ja, Brot Ah, ich habe irgendwie schlechte Erinnerungen An die mir Ich weiß auch nicht, warum Was da passiert ist Aber irgendwie Ah Mann Ich erwische den Ball dann nicht nochmal Weil ich das noch nicht so gut kann Für ein Tor Oh, jetzt musst du auch spielen Gerade Ja, war wichtig, ob er da hinzugehen, glaube ich Schön Ah, schön gemacht Von oben Okay Oh, sorry Oh Gott Oh, der andere wollte mich zerstören Mitte? Nee Ja Mitte? Irgendwie Ah, nee Okay Kann ich da gar nicht hinzaubern Gut gerammt Habe ich nochmal Ja, ich bin Mitte Ja Oh, schade Du warst ein bisschen fest Ja, ich wäre eh nicht da gewesen Achso, okay Und ein Zack Dein Boost Hast du Okay Ja Schön Für Mitte Ah, der Tod Warte schon bevor er tot ist Kommst du da ran an den Ball jetzt? Ich geh Okay Für Mitte Er will mich ein bisschen wieder zerstören Oder auch nicht Nee, nee Dieses Mal nicht Der Dom am Flügel Nee, nee Genau so liebe ich das Also genau so ist es geil Genau so Das ist schön Super Ah, dann gut Aber daneben Oh, ich bin jetzt Ah, gefaked Ohne Boost Und zwar Ich höre, wenn der geht Ja Nice, das Ding Super Es läuft heute wieder mal erstaunlich gut Also auch die Session heute Ha, wir werden vielleicht auch besser so Irgendwo eingespielt haben mittlerweile Es ist echt schön Ich bin links Oh nein Ah, der weg Hab ich Hätte ich aber auch gehabt Ja, ja Ich war da Mir auch egal Ich bin da Hab mir einen weggerammt Ich möchte den zerstören Schönes Ding Oh, nochmal für dich Nee Oh, doch Ah, komm ich nicht Na, leider Aber den Schade Zurücklegen Ich bin da Ah, nee Kann ich nicht zurücklegen Nee, nee Ich war da Ein Tor Hab ich Schön War nicht gut Doch, war eigentlich ganz gut Wäre er da gewesen Aber wäre es nicht gut Vielleicht nicht Ich bin Backboard Okay, ich gehe wieder runter Ah, ah Ah, schön Ah, Mist Ah, für dich Ah, für dich Ah, bin der Tor Oh lol, sorry Ich dachte, er kommt anders Sorry My bad Come up, bitch Oh nein Lauf Schön Hab ich Ah, ich auch Schade Einer ist gerammt Der ist Tor Ja Der ist Tor Also machen wir Nutzen unsere Chancen Das ist ganz, ganz wichtig Gerade Defensiv Sind wir gefordert Aber wir nutzen Oh Unsere Chancen Hab ich Ah, doch Schade Knapp Knappes Ding 1 zu 3 Moldy bread Ärmste machen Das ist natürlich jetzt die Ähm Jetzt nicht noch so ein Tor zulassen Ich fahre nur nach Einfach Ich gehe ins Tor Okay Ah, ich dachte, der Ball ist früher da Sorry Okay Wow Weiter No Booster Oh Schön Ich bin im Tor Mach du weiter Auch nicht gut Tor Jo Tor raus Oder nicht Nein, ich gehe nicht Ich bin im Tor Okay Schön Ich bin in Mitte Gerade Ah, ich bin im Tor Noch mal raus Schön Aber einen weggerammt Ja, scheiße Ich will mich hier Oh ja Er bringt noch mal Scharf Mäh Mäh Scharf Mach immer mehr mild Bist du ein Scharf-Esser Äh, meinst du jetzt Achso, ja, doch, doch, doch Ich bin schon Scharf-Esser Ich liebe eigentlich Scharf Ja, ja Tut auch weh Naja, ich finde es geil Also nicht zu scharf Aber Scharf ist schon geil Finde ich Mhm Ja, nice Damit gewinnen wir auch Jetzt wieder mal beide Runden Wir haben jetzt vier Runden in Folge gewonnen Das ist schon ein schöner Streak Das kann so weitergehen Rank Zeige ich euch kurz Champion 1 Liga 2 Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder auf der Reihe Bis dann Macht's gut Und tschüss 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 Ja Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020